Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Angezockts mit dem Spiel Anna 1503, die Anna-Serie. Ich bin Okanoxon und gleich zu Beginn möchte ich euch fragen, ob ihr gerne die Kampagne von Anna 1503 sehen möchtet. Das wäre natürlich etwas sehr tolles. Also ich würde es gerne machen, ich hätte wirklich Lust darauf. Aber jetzt könnt ihr entscheiden. Der hier ist hier, der ist leer. Dann schauen wir mal, was hier so ein Handel ist. Vier Tonnen Eisen. Das haben wir an Eisen über. Na gut, dann liefere ich denen die Vier Tonnen, die er möchte. Wir erwarten euren Befehl. Ja, in der letzten Folge hatten wir auch Holzmangel. Ich frage mich, wo ich hier ausbauen soll. Wisst ihr was, ich vergesse das hier unten. Es sind zwei. Drei, vier, fünf. Mag also bloß hier die zwei noch, die erreichte glaube ich auch noch. Also fünf Produktionsbetriebe, beziehungsweise die Mine zähle ich jetzt auch dazu. Den Steinbruch nicht. Obwohl, das ist ja natürlich hier, doch Steinbruch heißt sogar so. Siegelsteinbruch. Und jetzt geht es gleich noch mal. Ich wollte euch zeigen, woran es liegt. Holz brauchen wir hierfür. Und hierfür. Oh, und der hat schon Militär. Wahrscheinlich für die Waffenproduktion. Na ja, lassen wir es. Oh, und wir haben erstmals ein Plus, weil wir jetzt verkauft haben natürlich, aber das ist ja auch in Ordnung. Unser Geld sinkt trotzdem noch etwas. Wir brauchen 360 Siedler. Wir haben 270. Alkohol, 43 Tonnen, 62 Tonnen. Und wie ich auch schon mal betont habe, die Musik gefällt mir hier sehr. Wisst ihr was? Ich kümmere mich um Nahrung und Alkohol. In diesem Spiel halt einfach wichtig, auch wenn ich sonst kein Freund von viel Alkohol bin. Aber in diesem Spiel ist, je mehr Alkohol, desto besser. Also, einerseits, damit ihr es handeln könnt. Und andererseits, damit ihr auch... Ja. So, das machen wir Geltanage so. Das wird dann, ich würde mal sagen, Whisky oder so, wird ja... Nein, Moment. Was hat das Kartoffeln gewonnen? Gut, das ist eine kleine Form, also... Ich kann alles mögliche daraus gewonnen, wenn ich dachte, immer es sind Kartoffeln. Weil hier Kartoffeln angezeigt werden. Was ist Kartoffeln? Irgendein alkoholisches Gebräu. Aber ich wäre jetzt für Bier zu haben. Seilerei und Brauerei. Drei und fünf. Und ich mache mal zwei solche. Zwei und fünf. So. 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 So, jetzt können wir bald Seile herstellen. Und das ist ein guter Schritt in Richtung Schiffe. Obselange wir keine Kanonen bauen können, bringt uns eine militärische Flotte sicher schon mal nichts. Ich glaube, ein 19 ist momentan das Maximum, was sie haben können. 18 Wesen. 12 Wesen. Ja, sammeln wir zuerst noch etwas Hanf, nicht für das, was ihr vielleicht denkt oder was ich jetzt denke, sondern einfach für Seile, nicht für Kleidung, nicht für was anderes und auch nichts für sonst was. Und wisst ihr was, ich zeige euch jetzt noch wie der Handel funktioniert, ich verkaufe nämlich alles bis 30 Tonnen. Ja, ich denke 6 geht auch noch. Oh, das geht gar nicht. Nein, lassen wir es bei 8. Weil wir haben hier, das muss auch gesagt sein, einen fahrenden Händler. Und wir kaufen uns Waren ab. Nahrung läuft. Alkohol auch. Er will momentan nichts, aber er würde mir Salz erneut anbieten. Habe ich noch Salz? Ich glaube... Ja gut. Auf diesmal nur 10 Tonnen. Die hier könnte ich jetzt zur Zeit noch nicht besiegen, aber es dürfte nicht allzu schwer sein. Hier hat es auch ein paar, aber mit Schwertkämpfern komme ich dagegen gut an. Habe ich schon. Habe ich schon. Ich habe nämlich zugegebenermaßen auch nicht wirklich vor, Krieggegend hinzuführen. Ich habe nämlich zugegebenermaßen auch nicht wirklich vor, Krieggegend hinzuführen. Gegen einen blauen, auch wenn er mir mein Salzvokum weggenommen hat. Das gibt es halt ab und zu. Wenn ich CTRL-F drücken würde, könnte ich hier ausbilden. In eurem Städtchen wohnt man gerne. Er will wieder Eisen. Dann gehe ich auf Bögen. Und irgendwann mal auf Feuerpfeile. Ich bin mir nicht genau sicher, wo genau die sind. Aber wir haben jetzt zu wenig Wissen. Aber die Wissensobregrenze liegt auch bei 19. So. 14 Tonnen Salz, das reicht wieder für eine kleine Weile zumindest. Na, dann lassen wir es halt. Das bringt mir zwar nicht so viel. Aber vielleicht kommt jetzt der fliegende Händler. Mal schauen, vielleicht muss ich ihn noch zuerst entdecken. Hier ist halt auch das Scout-System. Also mit dem Scout hier. Mit dem Speer. Das heißt, was ich nicht mit dem Schiff oder dem Speer erforschen kann, es erreichen kann, genau daneben stehen kann, das funktioniert nicht. Das ist jetzt der fliegende Händler und habe mir einiges an Ziegeln abgekauft. 56 Tonnen Alkohol, 72 Tonnen Nahrung. Ich frage mich, was ich hier noch verkaufen könnte, gewinnbringend. 60 Tonnen Eisen. Na gut, 20 Tonnen Eisen könnte ich noch. Also bis auf 40 Tonnen Eisen alles runter. 30 Tonnen Eisen. 30, sagen wir. 29. Weil wir sind jetzt nur noch knapp bei 30.000. Der kauft nichts ein, verkauft mir Werkzeug, Spa-Materialien und ein bisschen Nahrung. Flotte nimmt Fahrt auf, Kommandant. Der darf auch mal zu mir kommen, wenn er denn tatsächlich... Ah, nur 5 Tonnen Salz, okay. 10 Tonnen Salz, aber nicht mit mir, ich habe unter 30.000 Vermögen jetzt. Und bald, wirklich bald. Gut, das kostet mich 50, also hier. Und tausend sechs Sonnen, das ist mir ein bisschen zu teuer momentan gerade. Auch wenn dann die Kapelle auch Kirchenfunktion bekommen würde. Hier ist ein Haus zusammengebrochen, weil ich zu wenig gut darauf geachtet habe, auf die Bevölkerung. Aber wenigstens haben sie jetzt genügend Nahrung. Eine zweite Schule wäre nicht schlecht. 60 Tonnen Hanf. Eine zweite Schule. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 Ich denke da mit der Kirche warte ich noch Wir bauen dringend ein paar tausend Gold Damit wir uns ein paar Sachen leisten können 120 Goldstücke Habe ich gerade wenig Dann gehen wir hier drauf Weil dann können wir Gebäude angreifen Und hier käme dann Ich glaube hier kommt die Armbrust Und hier kommt dann Die Moskete Und hier kämen Kanonen Und Mörse Soweit es mir ist Aber dafür brauche ich die Universität Sehr gut das habt ihr doch gehört oder? Das Volk schätzt meine Regentschaft Ich denke wir sind auch hier am Ende einer Folge Stadtausbau Oh ja Das hat gut funktioniert Wir haben das Eisen Und auch sonst noch Ich glaube es war Ziegel Hab wir verkauft Nächstes Mal bauen wir den Handel aus Denk ich mal Weil wir auch eine gewisse Überproduktion haben Und der hat auch was gekauft Und der hat auch was gekauft Ich denke es war ein Ziegel Und Nee Eisen weniger Es sei denn ich habe hier gerade wieder was produziert Also eine gewisse Menge Gut Mit Einem Blick auf unsere gesamte Siedlung Verabschiede ich mich Ich hoffe es hat euch gefallen Und ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei Schreibt mir auch in die Kommentare Ob ihr gerne die Kampagne Die komplette Kampagne Von Anna503 sehen möchtet Bei mir auf dem Kanal Und Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Tschüss Und Bis dann